Willkommen zurück Leute zu einem neuen Part Go Vacation. In dem letzten Part sind wir hier angekommen und haben ein paar Minispiele gemacht und wir haben unsere erste Villa erhalten, beziehungsweise unsere Villa. Jetzt geht's weiter. Wir werden das Stadtresort heute wahrscheinlich beenden. Und dieses Spiel macht echt, echt, echt Spaß. Spingen wir für mich und das sind schon gleichzeitig. Ach, okay. Okay. Wir sind jetzt ungefähr, ich glaube bei Part 7 müsste es sein. Ja, ich glaube Part 7. Wir müssen hier Bälle einfach reinwerfen. Okay. Ich habe früher voll gut im Spiel. Also in dem Minigame hier. Ich mache einfach weiter, die Bälle gehen ja unendlich. Hä? Ich verstehe das nicht. Mach doch nach links. Hä? Jetzt habe ich ihm Punkte geschenkt. Hä? Betrug. Das ist Betrug. Ach so. Ja, das haben sie nicht gesagt. Ja, okay. Ich habe verloren. Oder? Kann ich noch was reißen? Yes! Okay. Aber das haben sie nicht gesagt. Sie haben gesagt, dass Nunchuck links ist und Fernbedienung rechts. Aber Fernbedienung ist links. Und Nunchuck ist rechts. Und das ist ehrlich gesagt etwas, wie soll ich sagen, Betrug. Es ist einfach so, sorry. Aber es ist echt Betrug. Und, jo. Nur noch drei. Und dann haben wir das Startresort endlich geschafft. Und dann geht es in den Schneeresort. Leute. Und jetzt zum Kawaii. Dann gehen wir eine Powerboxer. Boxer? Okay. Das ist... Die meisten Attraktionen sind jetzt nur noch hier. Das ist das letzte. Und dann kommen wir zu den letzten zwei. Und die sind, glaube ich, irgendwo in der Stadt. Gut. Du brauchst nur die Wii-Fermbedienung. Okay. Laden nach links und rechts schütteln. Schlag zu, wenn der Timingkreis am kleinsten ist. Beko drückt halten. Und schlagen. Ah. Okay. Alles klar. Ich hoffe, ich bin nicht zu laut. Wenn ja, dann... Ja. Ihr könnt es nicht in die Kommentare schreiben. Weil ich produziere vor. Und ich möchte das Spiel... Scheiße. Das war kacke. Federgewicht. Was? Dein Ernst? Bam. Bam. Juhu. Okay. Ich habe es schon geschafft. Fertig. Schwergewicht. Letzte Runde. Nochmal. Vielleicht versuche ich nochmal... Was rauszuhauen. Ne. Das andere war besser. Ja. Das andere war irgendwas... Mit 1300 irgendwas. Gut. Also wenn mal... Wer hier fehlt... Der ist... Schlecht. Spaß. Ne. Der ist... Der... Muss ein bisschen üben. Aber es ist nicht allzu schwer. Dieses Minispiel ist echt nicht schwer. Also... Müsste jeder hinbekommen. Ich habe jetzt keinen gesehen, dass es nicht hinbekommen hat. Meine Schwester hat es geschafft. Mein Freund und so weiter und so fort. Aha. Gut. Oh Gott. Minigolf ist das Schlechteste. Das ist... Minigolf ist einfach nur betrunken. Das ist echt scheiße. In Real Life ist es noch ganz okay. Aber... Hier in Go Vacation... Ne. Kannste vergessen. Ohne Scheiß. Minigolf ist Kacke. Ich weiß schon, wie der Titel heißen wird. Minigolf ist Kacke. Okay. Danach werde ich wahrscheinlich noch etwas Animal Crossing... Eine Folge Animal Crossing aufnehmen. Und... Ach, gosh. Ne. Das ist scheiße. Leute. Muss ich dafür stehen? Wenn ja... Ich möchte nicht stehen. Dann hört ihr mich nicht. Und das ist scheiße. Und Let's Playen ist ja eigentlich eher... Ist fürs Kommentieren geeignet. Und nicht... Um zu stehen. Ich versuche mal so. Nö. Ich muss stehen. Sorry, Leute. Gut. Äh. Ja. Ich muss weiter back. Yay. Pah. Ich habe keine Ahnung von Minigolf. Deswegen weiß ich nicht, was sie damit meinen. Okay. Ich möchte... Ich müsste hier eigentlich Facecam einblenden. Aber ich habe eine schlechte. Sorry. Erster Schlag. Hä? Okay, ich habe es falsch gemacht. Ja. Ich habe es komplett falsch gemacht. Hallo. Boah. Was macht er? Was machst du? Ich habe nichts gemacht und er schläft einfach. Ibo? Also... Mach doch. Was ist das? Ich habe... Es ist so unrealistisch. Und... Das ist doch... Wie geht das? Wie? Heilige Scheiße. Hallo. Ja. Ja. Beweg dich halt. Was? Ja. Das ist scheiße. Nee. Ich... Ich hasse Minigolf. Und ist fertig. Schade. Ich will dieses... Ich will es einfach nicht mehr spielen. Es ist... Es macht keinen Spaß. Ja, ja. Komm. Die Steuerung ist auch nicht so gut. Nichts ist an Minigolf gut in dem Game. Schaffe ich ein paar? Ja, ja, ja. Toll. Das nützt aber nichts. Ich glaube, jetzt kommt die letzte Stage. Ja, es kommt 10 Millionen Stages. Oh. Okay. Ich habe verkackt. Danke. Ich mache nicht noch einmal. Ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht, du. Ups. Mein Nunchuck. Ganz sicher nicht, du. Ganz sicher. Das mache ich nicht nochmal. Kannst du vergessen. Jetzt werde ich mich auch endlich besser. Mein Gott. Es macht einfach keinen Spaß. Ja, nicht schlecht, ey. Es war schlecht. Jetzt kommen wir zu den Tricks. Skatepark-Dingen. Dann müssen wir einmal hier rum. Mach du rum. Okay. Wir können so lange die... Ähm... Äh? Können so lange die Aussicht genießen, würde ich sagen. Ich meine... Wuhu. Moos Manual. Lel. Habe ich noch nie gesehen. Hallo. Ich bin der Schnellste von allen. Niemand kann mich toppen. Ah nein, ich gehe hier nicht runter. Ich gehe hier... Hier kann man übrigens rein. Da ist nur uns aber ein Scheiß-Secret. So. Kannst du jetzt wieder runter? Danke. Ich gehe jetzt... Ich gehe jetzt... Ja, ja. Schön. Boah. Ich hätte mich fast überfahren. Genau hier. Und der ist... Ich denke, der ist voll der Swagger da. Guck dich den mal an. Wir sind in einem Skatepark, oder? Und hier steht eine Halfpipe. Und du und ich sind auch hier richtig. Du weißt, worauf ich hinaus will. Ich zeige ein paar Tricks und ich schaue mir dem restlichen Publikum zu. So gehört sich das. Okay, bist du bereit? Hau mich mit ein paar Kracher-Tricks vom Hocker-Baby. Nein. Ich habe keine Lust. Aber es ist die letzte Attraktion im City-Resort. Deswegen machen wir das jetzt, ne? Oh. 600 Punkte, alles klar. Ich glaube, da muss ich erstmal... Ich habe immer so einen Trick gemacht. Dass ich erstmal so hingehe und jetzt anfange. Ich sehe kein Publikum, im Übrigen. Ups. Okay. Okay, das war schon. Jetzt mache ich ganz viele 360s. Was machst du? Achso, okay. Wow, das ist ziemlich hoch. Okay. Und... Okay, einer ist auch okay. Jetzt aber. Bam. Frontflip. Jetzt Backflip und... Sidesdingen. Keine Ahnung. Und gleich haben wir es geschafft, in 30 Sekunden... haben wir das City-Resort abgeschlossen und... Oh mein Gott, ich freue mich so. Danach geht es in Schnee-Resort. Und der Schnee-Resort ist etwas besser... als das City-Resort. Juhu. Also Spaß macht es auf jeden Fall. Boah, was war das für ein Muss. 180, 900... Habe ich auch noch nie gesehen. Geht es nach unten? Ne. So, ein bisschen drehen. Geschafft! Leute... Wir haben das City-Resort endgültig beendet. Geschafft. Und ich habe einen Silberschlüssel erhalten. Leute. Geil. Wir haben es geschafft. Zwei Resorts. Und es ist Part 8, glaube ich. Müsste das sein. Oder sieben. Bin mir nicht sicher. Ne, acht. Oh Gott. Alle... Stempel. City-Resort war eigentlich ganz gut. City-Resort hat mir Spaß gemacht. Obwohl es... auf dem letzten Platz ist. Und jetzt gehen wir... in das vorletzte Resort. In das Schnee-Resort. Und zwar in Tark. City-Resort hat mir Spaß gemacht. Wird das nicht mal geil ist? LP Matrix. Willkommen im Schnee-Resort. Hier im Schnee-Resort bieten wir Skifahren, Snowboarden, Schneemobile und Schneereifen an. Auf den Pisten kann man so viel machen. Wenn du mal zum Gipfel des Berges möchtest, nimm den Lift oder einen Helikopter. Du kannst ihre Boarding-Plattform am Fuß des Berges finden. Und jetzt zum Kawabi-Stimpelsprint. Als erste Aktivität schlage ich vor... Schneeschlacht! Yay! Das ist cool. Und es ist direkt da hinten. Und Leute... Ihr seht, dass... dieses Resort einfach nur cool ist. Es gibt jetzt sogar Lifts. Da kann man fahren. Man kann... Oh, da ist ein Hirsch. Von Schneeschlachten bekomme ich nie genug. Zu schade, dass mein großer Bruder nicht hier ist und mitmachen kann. Er beschwert sich nämlich immer über die Kälte. Ja, genau wie im Seeresort. Und ist da rum drüben im Seeresort. Ah, okay. Ähm, schütteln die Wefale-Formen. Schütteln die Wefale-Nurde-Synchark, während du B drückst. Ich freue mich schon auf das Schnee-Resort. Es wird eines der besten. Das kann ich euch sagen. Versprechen. Beziehungsweise. Jut. LP Matrix. Ähm, warte, wie? Okay, hab ihn. Man kann auch da rüberwerfen. Oh mein Gott. Hab ihn. Hahaha, in your face. Au. Lol. Hacker. Nein. Ich fahre mal. Ah, haha. So ein Opfer. Nein. Nein. Ich will ihn kriegen, Mann. Yes. Hab ihn. Jetzt wird er zum Schneemann und kann uns behindern. Haha. Und. Jetzt ist das Ende. Wer wird gewinnen? Ich oder er? Hä? Ja, klar. Ja, okay. Er hat noch viele Leben. Au. Schnell, schnell, schnell. Formen, formen, formen. Hä? Wie hat er das? Okay. Schnell, schnell, schnell. Ich bin umzingelt. Ich bin umzingelt. Oh mein Gott. Ich hab's geschafft. Ich bin der Pro. Ich bin der Sieger von allem. Was mich irritiert. Warum werden die zum Schneemann? Wieso zur Hölle? Wie geht das? Naja, wir haben gewonnen. Erster Platz. Nice. Nice. Genau. Nice. Jetzt sehen wir auch alle Attraktionen. Wie viele es hier gibt. Ich glaub, es gibt... Ja. Richtig. Es sind nicht so viele, aber... Ganz okay. Okay. Jetzt kommt Schlittenhund fahren. Krass. Hundeschlitten. Man kann hier sogar auf der Karte auswählen. Genau. Das war hier. Schlitten-Dingen war hier. Da werden wir hier gespaw... Hä? Nee. Hohohohoho. Hoch. Hochhohoho. Jetzt müssen wir hoch. Scheiße. Gib dein Bestes. Du schaffst es. Ich geb... Ich geb Power. Ich geb Power. Er wird's schaffen. Er wird's schaffen, Leute. Geh weg. Nee, er schafft's nicht. Alles klar. Gehen wir halt eins höher. Snowboard. Snowboard ist das Beste. Hier ist es. Bam. Wow. Du, der junger Mann. Ja, das weiß ich. Nein, geh. Hä? Hä? Alles klar. Beschleunige nur, wenn das Symbol erscheint. Alles klar. Mach ich. Mach ich. Gut. Ich glaub, nur noch das und dann sind wir fertig für heute, ne? Dann werd ich auch ne Pause machen, beziehungsweise ich werd da dann noch eine Folge Animal Crossing. Let's go to the city aufnehmen. Wie gesagt, ich produziere vor, werd das Spiel wahrscheinlich komplett durchspielen, ohne dass eine Folge hochgeladen ist, glaub ich. Nein, was machst du denn? Hundi. Okay, jetzt muss er ihn hier antreiben, das weiß ich. Dein Herz hat rutscht. Oh mein Gott. Nein. Machst du? Was machst du? Hä? Okay, er macht irgendwas. Ich kann doch nix machen. Er lenkt von alleine. Man kann, wenn das Symbol nicht da ist, auch gar nicht beschleunigen. Warum steht dann da, beschleunige nur, wenn das Zeichen erscheint? Ich muss nichts machen. Das macht alles der Hund. Trotzdem müssen wir ihm helfen. Oh mein Gott, ich hab nur ein Rekord aufgestellt. Wuhu. Eine Minute und drei Sekunden. Geil. Ja, beenden. Brauch ich nie mehr. Wir sind fertig. Und auch fertig mit dem Part. Ich hoffe, er hat euch mal wieder gefallen. Ich werde jetzt mal erstmal eine Runde Animal Crossing aufnehmen. Und du schaltest das nächste Mal wieder ein. Beziehungsweise nein, Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Euer Let's Play Matrix. Ciao. Ciao. Euer Let's Play Matrix. 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 Bis zum nächsten Mal.